Sie ist die Anmut selbst und ihr Charme ist von einer Herzlichkeit, die ich ihn überhaupt noch nie erlebt habe. Sie ist ein Schatz und ich werde mir diesen Schatz von niemanden wegnehmen lassen. Ich möchte wissen, ob auch du ihn liebst. Ja, ich liebe ihn. Ich liebe ihn sogar sehr. Dein Verständnis und ein Liebreiz war stärker als meine Armee, sondern ein Feldmarschellen. Sissi wird eine Kaiserin werden, wie die Welt sie noch nicht gesehen hat.